Geht es bei Google Ads auch ohne herumtesten? Ja, auch das ist eine Antwort auf eine Umfrage, die ich gemacht habe unter all unseren Newsletter-Abonnenten. Solltest du noch nicht Newsletter-Abonnent sein, dann geh bitte auf masterofsearch.de, scrolle ein bisschen nach unten und da findest du die Möglichkeit, dich für unsere Newsletter anzumelden. Und dann verpasst du zukünftig auch kein Update mehr rund um YouTube, rund um den Podcast, rund um unsere Blog-Beiträge. Also trag dich einfach dort einmal gratis und unverbindlich ein. Natürlich kannst du dich jederzeit wieder austragen, wenn es dir nicht gefällt. Geht Google Ads ohne herumtesten? Und da impliziert die Frage so ein bisschen, dass die Person, die das geantwortet hat, vielleicht schon seit Monaten oder sogar schon seit Jahren immer dabei ist, einfach herumzuprobieren und zu testen. Also mal die eine Kampagne, mal eine Suchkampagne, mal eine Display-Kampagne, mal eine maximale Performance-Kampagne. Es wird immer wieder etwas ausprobiert, vielleicht oftmals gar nicht auch wirklich zu 100% da Zeit rein investiert, dass die auch richtig gut ist, dass die richtig durchdacht ist, dass die richtigen Ziele gemessen werden. Sondern es wird vielleicht einfach immer viel ausprobiert, so nach dem Motto, wer beschäftigt ist, hat auch viel Arbeit. Also das ist nicht immer unbedingt das, was ja zielführend ist. Also gerade auch bei Google Ads kann es durchaus sein, dass man mit einer einzigen Kampagne den Hauptumsatzanteil überhaupt einfährt. Da muss man nicht noch viel mehr Kampagnen fahren. Bei Online-Shops ist das meistens eine Google-Shopping-Kampagne. Wenn die richtig gut aufgesetzt ist, wenn die richtig funktioniert, wenn die die richtigen Ziele hat, dann kann das die Kampagne sein, die dir 80% des gesamten Umsatzes bringt. Ja, und bei Herumtesten ist ja auch generell die Frage, was genau testest du denn und auf welche Ziele? Was sind denn sozusagen eigentlich deine Bewertungskriterien? Wo sagst du, der Test war erfolgreich und wann sagst du, der Test war nicht erfolgreich? Hast du das ganz klar definiert? Wie ich in der vorherigen Folge auch schon sagte, musst du dir immer auch ein bisschen vor Augen halten, dass wir oftmals in so unserer eigenen Blase stecken, ja auf Englisch die Bubble und wir einfach mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung einfach schon sehr lange am Markt sind und einfach uns jeden Tag damit beschäftigen. Und dann ist für uns die Frage nach, was ist denn für unsere Kunden wichtig, wonach suchen die eigentlich, wie finden wir die, wo sind die unterwegs, ist für uns in unserem Kopf eigentlich schon fest und eine gemachte Sache. Wenn wir aber mit unserem Kunden da dann etwas näher mal reingehen und einfach mal mit den Daten das Ganze analysieren und etwas offener auch einfach überlegen, ist wirklich eine Suchkampagne die sinnvollste Version? Ist wirklich eine Displaykampagne sinnvoll? Macht eine Remarketingkampagne Sinn? Dann ist es nicht selten so, dass wir wirklich Überraschungen erleben und dass unsere Kunden auch große Aha-Momente bekommen, weil sie dann feststellen, wow, meine Zielgruppe ist ja doch an einer ganz anderen Stelle noch viel besser zu finden als das, was ich jetzt schon seit langer Zeit mache. Auch da solltest du dir immer vor Augen halten, dass natürlich ein gewisses Testen und Ausprobieren einfach sein muss. Also es muss einfach sein. Das bedeutet aber nicht, dass du tausende von Euros für diese Tests ausgeben musst. Du kannst es schon relativ schnell erkennen, ob etwas funktioniert oder nicht. Sei es ein Keyword oder eine Displaykampagne oder andere Dinge. Du musst eben nur genau definierte Ziele haben, die müssen gemessen werden und dann kannst du das auch genau bewerten, ohne dass du viel herumtestest. Und wenn du dann diese Kampagne oder diese Keywords gefunden hast, die richtig gut funktionieren und du optimierst das Ganze immer, immer, immer weiter, sei es mit Anzeigentexten, sei es mit Erweiterungen, sei es mit weiteren Keywords, die genau in dieses Themenumfeld reinpassen, dann kannst du das immer weiter perfektionieren. Du musst dann nicht schon wieder eine neue Baustelle aufmachen, vielleicht einen anderen Kanal oder nochmal eine andere Kampagne in Google Ads, sondern konzentrier dich auf das, was dann wirklich funktioniert. Und da kannst du meistens noch sehr viel mehr herausholen. Also, Fazit dieser Folge, es geht auch ohne herumtesten, aber du vergibst dir eine Menge Potenzial, wenn du überhaupt nicht bereit bist, mal etwas anzutesten. Und wenn du auch nicht den Blick öffnest für, vielleicht ist meine Zielgruppe auch inzwischen woanders zu finden als das, was ich denke, vielleicht sind andere Argumente für sie wichtig als das, was ich bisher denke. Wenn du das nicht machst, vergibst du dir auch eine Menge Potenzial. Und da hilft sehr, sehr häufig einfach ein unvoreingenommener Blick von draußen. Und wir machen das sehr gerne für unsere Kunden. Wenn du auch Interesse daran hast, dann trag dich unter masterofsearch.de einfach zu unserem Gratis-Erstgespräch ein und wir schauen, wo wir dich unterstützen können, rund um Google Ads und Analytics. Bis dahin. Ciao.